Oh Gott! Prochtsetzen! Da ist Vlad der Fehler! Hoffentlich nicht. Ein Jahr darauf. Huh? Da ist ne... Was ist das für... Oh nein! Da ist ne Hase. Und Käse. Hallo Vlad! Mit ne Lego-Hand. Er war zu faul, da rüber zu gehen. Er ist zu faul, sie überhaupt... Kann er sich vielleicht nicht bewegen? Da ist unser Käsehobel! Und der Rückenspitzer! Das sind unsere Waffen! Ist das sein Zuhause? Oh, reserviert. Ah, success here! Success here! Ach, ne Kettensäge. Ich will die Kettensäge. Hast du die eben schon erwähnt? Nein, ich hab' die noch nicht. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Wo wurde denn ne Kettensäge? Auf dem einen Tisch lagern. Ja, ne Kettensäge. Ach, Alter, seine Hände! Pikachu, ich wähle dich! Elvis! Metaxes! Nullin Vaiti! Nullin Vaiti! Kettensäge. Nullin Vaiti! Zähne, die ich finde. Oh, ich will nicht sehen. Die blunden Dähe ist das nostra- Die blunder Dähe ist die del nostritte. beendet ihr des ... Studenten! Klammen? Ohaach! Schlimm! Wer bezahlt dich eigentlich? Wofür, vor allen Dingen? Naja. Niemand. Big Baraboo. Ah. Mit Niedermacht der Wunder, Soldat Alfaller, Dominidans. Nullinog, der alles am Schelfe näher hemmen, der ältere Heim Borkipoff. Der Borgi Wannerhall. Ein Plan. Sehr gut. Sehr gut. Zeitreise. In Skogor, Donkeldipsi, de alwe postet Alverhund. Og nieder Pau, Lok Null. Spatzenfinder. Zieh raus und findet es. Könntest du dich nicht einfach hinteleportieren? Blat? Warte mal. Wir haben, wir haben, wir sind im Besitz eines neuen, eines neuen Zauberts. Wächter. Schützt und stärkt Truppenmitglieder in der Nähe. Nach einigen Sekunden wird ein totes Truppenmitglied wiederbelebt. Geil. Du klingst sehr motiviert. Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht mein Stalagmitenbeben lieber behalten will. Ist ganz cool. Ist ganz lustig. Da müssen wir uns jetzt gut umgucken. Das sind die, ähm... Oh Gott, wie hieß denn das in Kakariko? Nicht in Kakariko, in Kokiriwald. Wie hieß denn das? Wer bist du denn? Ich habe das ungute Gefühl, dass ich diesen Wald kenne. Herr von Ameisenhügel. Aus der Welt rauszufangen. Diese Viecher machen mich schauland. Okay. Warum, warum kannst du eigentlich nicht ohne den Mord? Ich mach gar nichts. Man hat nichts gesehen, weil dein Zauber an sich da drüben ist. Da hat man nichts gesehen, was ich gemacht habe. Ach so. Entschuldigung. Aus diesem Megalithen war das Apfel deiner unbekannten Kreatur geschlagen. Ich sage nicht, dass es ein Außerirdischer ist. Aber. Sehr gut. Aua. Das war die falsche Taste. Oh. Oh. Viel Spaß. Alter, guckst du mal bitte meinen Schaden an hier. Ja. Sehr gut. Mit meinem scheiß Hammer. Ja und vor allen Dingen, die waren wirklich gestunnt, ne? Kann ich hier anzünden? Ja. Nee, kann ich nicht. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir diesen Wald in Teil 1 gesehen haben. Und, war das, war das gut? Das war, Master Schword war hier. Warte mal, hier unten ist doch, hier ist doch. Master Schword? Ja, das Master Schword. Komm mal rüber, komm mal, komm mal rüber hier, komm mal rüber. Hier ist doch, hier ist doch. Geheimnis. Hast du das mit Kakariko verwechselt? Ist das hier, es gab doch diesen Wald der, nicht, Wald der Illusion. Wie hieß denn dieser Wald in Kakariko? Nicht in Kakariko, im Kokiri Wald. Da gab es doch diesen... Der verbotene Wald, die verlorenen Welden. Die verlorenen Welden. Aber wir sterben gleich. Mann, ey. Ich hatte eine Magik in meinem Dings drin. Ah, okay, da unten ist doch nichts. Deswegen konnte ich nicht, nicht püstern. Geht's da gar nicht weiter? Nee. Geld oder Leben? Ich nehme das Geld. Alter! Was denn? Da bringst du mich um. Ich hab nichts gemacht. Ich bin lieb und plüschig. Ich bin lieb. Ich bin nahkampft und plüschig. Na, na, na. Ich hab's genau gesehen, du Böser. Ich glaube, wir müssen da ein Schild aus Blitz für uns machen, damit wir da rangehen können. Oh, scheiße. Und da unten ist doch was. Da ist ein Lolli. Do you see this Lolli? Lolli, ich bring die Lolli hier um. Haben die sich gerade nach dir geworfen? Ja. Die Pikmin. Dass die Anspielung darauf war. Ihr kämpft wie die Pikmin. Ich möchte diesen Lolli. Wo ist eigentlich mein geiler Stab? Warum hab ich meinen geilen Stab neben mir? Ach, weil ich das als Standardwaffe ausgerüstet hab. Wo ist der Lutscher? Wir müssen sterben. Der Lutscher ist abgeraunt. Nein, der ist ins Wasser gefallen. Wir müssen sterben. Ich will nicht sterben. Aber der Lutscher! Muss ich das hier nochmal spielen? Warte mal, das war nach oben gucken. Halt. Erkundung. Ja, ist nix. Ich wollte, der andere Stab war so viel geiler. Warum war der nochmal geiler? Ach, erhöhte Fokusregeneration. Ach ja, du hattest ja noch den... Den hab ich jetzt nicht als neue Waffe ausgerüstet. Kann man das doch einfach so mittendrin machen? Nee, leider nicht. Oder? Versuch mal. Nee, nur Spiele entfernt. Schade. Schade, schade. Mano, jetzt kann man den Lutscher nicht... Ich hätte meine Möhre gegen einen Lutscher austauschen können. Ha-ha! Goblin-Weitwurf. Pick, 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 pick. Ich krieg da Übungen. Oh, oder was ist was? Dann hab ich mir jetzt ein Bär aufgemacht. Wie magik. Und runert felsig-hach? Felsiv. Genau. Hätte ich auch gesagt. Genau meine Worte. Warte mal, da ist es. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier mal den Wald ein bisschen aufräumen. Na, das bin ich. Sorry. Ja, 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 ja. Das ist ja nichts, was ich sag. Boah. Mist. Ah, aber ich bin noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nee. Ich wurde getötet und wiederbelebt von meinem Zauber. Wie geil ist das denn? Das wird mein neuer Lieblingszauber. Alter, was ist denn hier gerade los? Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich jetzt tun sollte, aber... Alter. Das sind so mächtige Monster. Monster. Ich glaube, ich bin tot. Was? Wie kommst du darauf? Ich bin tot. Ich lebe wieder. Alter, das ist ein richtig geiler Zauber. Oh mein Gott. Du bist nicht, Katafi. Du lebst. Ich lebe auch wieder. Alter, der Zauber ist richtig geil. Alter, bin ich schnell tot. Ja. Was ist denn hier los? Bin ich irgendwo? Ich hab dich im Wasser wieder spawnen lassen. Ach du Scheiße. Haha, ich lebe wieder. Wieso bin ich... Nee, du bist das. Ja, ich lebe. Fuck. Okay. Nicht schnell genug gearbeitet. Wir brauchen einen Plan. Die Magier sind... Das ist eine ganz schlechte Kombi da drüben. Also, wir brauchen... Womit schießen die? Oh Gott. Brauchen wir mal das. So. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass du das nochmal machst. Die gehen jetzt erstmal weg hier. Sorry. Das war ich. Ah. Warte mal. Warten ist gerade schlecht. Die Herrschaften haben sich dazu entschlossen, wieder mitzuspielen. Nein, nein, nein. Wieso gehe ich auf dich? Ich komme nicht weg von dir. Das ist schön. Bin immer noch ich. Was tust du? Was mache ich denn? Könntest du bitte gegen die Gegner spielen und nicht gegen mich? Entschuldigung. Ich weiß, du findest Bowser ganz gut, aber... Tot. Aber die machen sich so Steinwände. Ich kann fliegen. Oh, das ist geil. Das war richtig gut mit dem Hammer. Wir müssen auf Nahkampf gehen. Wir müssen ihnen ein bisschen entgegentreten. Guck mal, jetzt ein neues Bär. Ist das das gleiche Bär? Das ist das... Ich glaube, das ist... Wir sind noch gar nicht da, wo wir eben waren. Wir sind noch gar nicht im gefährlichen... ...Bereich des Waldes. Nein, wir sind noch nicht im gefährlichen Bereich des Waldes. Das war noch der einfache Teil. Aber genauso müssen wir das jetzt auch wieder machen. Ja. Oh mein Gott! Ich bin explodiert. Dankeschön. Huch, wo habe ich mich hinteleportiert? Ah, sehr gut. Fack. Wo nimmst du denn? Oh mein Gott! Dinge passieren. Ich bin immun gegen... Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Ich habe lange durchgehalten. Ja. Nicht lange genug. Wieso stirbt der nicht? Ach, weil der Immun gegen Feuer ist, oder was? Schon wieder. Okay. Nein, der war Blitz. Da ging das zum Schwimmlichen rum. Nein, das bin ich. Bist du gegen Tot-Immun? Na ja, ein bisschen. Oh mein Gott, ich sterbe. Schön. Das wollte ich nicht. Du wolltest mich nicht wiederbeleben. Dankeschön. Ich habe nicht von... Nein, ist okay. Ich habe es verstanden. Ich wollte das andere Ding nicht machen. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Du möchtest mich nicht wiederbeleben. So, so, so. So ist der Biber. Eines musste sterben. Ganz leicht. Was ist das für ein Hässlicher? Er muss brennen. Ich sagte, er muss brennen. Ey! Kann ich... Warte mal. Oh, ich habe mich selbst getroffen. Das ist schon wieder so ein... Bär. Bin ich. Ja. Ah, mir ist doch egal. Kaff ich dich halt an. Ist okay. Ist okay, Biber. Ah, ich bin empfindlich, weil ich mir ein Lebensschild gemacht habe. Haha. Heißt das, ich kann nicht mit Leben jetzt töten? Ja. Schade. Auch damit. Oh, mein Gott. Oh, hier sind noch Freunde. Freunde gefunden. Dass man die so geil aus ihren Kostümen rauskloppen kann. Das sind auch wieder Freunde, garantiert. Nee. Nein. Oh, mein Gott. Wo bin ich? Ich wurde aus der Karte rausgeschossen. Urstamm. Irgendwas haben wir gefunden. Oh, ein Urstamm. Alter. Tot. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich habe es gerade angefangen. Ich wusste nicht, dass ich noch Dauerschaden bekomme. Alter. Augen auf dem Straßenverkehr. Ah. Scheiße. Gebebacke. Ah. Wie behalt. Halt. 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 Hier ist der Urschlamm. Stab. Schlamm. Stamm. Von einem Vorfahren der Bestienleute aus der heiligen Arganie selbst geschnitzt. Der hatte noch Stammzugriff. Unglaublicher Bonus zu Lebenszaubern. Sehr schwach. Alter. Was? Nein. Da wurden noch ein Dings zu lesen. Ach, Biber. Du bist voreilig. Du erkundest zu wenig. Außerdem habe ich jetzt meinen Stab weg. Ich kann keinen Schaden. Aber ich bin jetzt Heiler. Das ist nicht meine Rolle. Oh, wie süß. Das ist super süß. Das ist, ich bin jetzt Heiler. Das ist dir klar, ne? Ja. Ich sage nochmal, weil du stirbst, bist du nicht mehr Heiler. Ähm, ich sage nochmal, es ist jetzt 12.22 Uhr. Okay. Wer bist du? Herr von Ameisenhügel. Schon bewusst? Das Salz der Meere stammt hauptsächlich aus Wahlkadavern. Aha. Wieder was gelernt. Warte mal, kann ich mit den Ameisen was tun? Wieso hast du eigentlich die Führung? Wieso bist du der, der klopft? Bin ich nicht. Doch, du führst. Ja. Suchen wir. Das klingt doch aber gut. Sehr gut. Sehr gut. Danke, Vlad. Danke, Vlad. Was? Stellen wir uns zur zerstörbaren Obstruktion rufen. Ja. Bitte. Oha. Das sind Ninjas, Alter. Ja. Wir hören jetzt auf. Das ist der Punkt, wo wir jetzt aufhören. Ich will meinen Stab zurück. Rufen die immer neue? Das wäre ja lustig. Die rufen immer neue. Interessant. Wie lange kommen die hier angelaufen? Wer ruft? Wer ruft so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Elf. Das ist der Vater. Er ist blind. Mit dem Flammenschwert. Mit der Flammenmöhre. Und sie hinterlassen so geile Keulen. Ja. Das sind lecker. Was ist das hier? Wer ruft? Wer trötet? Eigentlich ist es doch aber gut, was hier gerade passiert, dachte ich. Ich meine, wenn das die Allianz ist, ist das, wenn die Allianz aus allen Lebewesen haben. Ja. Gegen uns, Mann. Weil wir die Bösewichte sind. Warum machen wir das dann? Weil du alle umbringst. Das ist alles deine Schuld. Das kann mir niemand beweisen, dass ich das war. Ansonsten waren die gleichzeitig auch. Das war's. Ja. Beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Genau dieser. Das wird schwer. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie geht das hier? Wie kann ich hier? Ist das hier so? Was willst du denn machen? Ich will gucken. Wir sind immer noch in Kapitel 6. Haben wir eben Kapitel 5 angefangen? Wir haben eben gerade mit 5 angefangen. Wir sind jetzt in Kapitel 6. Können wir schon eine Freischaltung gefunden? Ja. Es gibt 9 Kapitel plus Prüfungen plus Szenarien plus Herausforderungen. Heftiges Zeits. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Viel Spaß weiterhin auf dem Kanal von Mr. Cutter. Wie guckt euch auch sein Let's Play zu Alan Wake an? Und guckt euch auf jeden Fall bei den beleuchteten Brüdern vorbei. Die machen ganz viel Unsinn. Guckt euch bei den Brüdern vorbei. Ja. Schön war's. Bis bald. Euer Märchenman. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Willst du schon mal bei den Brüdern 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 bei